Ding 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 Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren leider nicht geeignet. Ding 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 Herzlich Willkommen zurück zu Lucius. Wollen wir uns das nochmal? Nein, das müssen wir uns eigentlich nicht anhören, weil das war ja ein... Boah, ich muss nochmal den Sound leiser machen. Okay, das ist zu leise. So. Genau, wir müssen jetzt erstmal diesen scheiß Gräber holen und halt vorher müssen wir erstmal unsere Mutter da aus dem Schlafzimmer rausholen. Ich habe jetzt die letzten Tage echt keinen Nerv gehabt. Oh, lecky, 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 lecky. Ja, wir müssen hier schön ins Dunkle wieder. Keine Blitzerei. Dann sollte der ganze Hase laufen. Ich hatte die letzten Tage keinen Bock drauf, weil ich mir immer dachte, nee, 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 das... Jaja, jetzt kommen wir zum Beispiel wieder nicht hoch. Ja, weil das Spiel einfach so... Ich hatte einfach Angst vorm Failen, sagen wir so. Oh, nee, es darf jetzt echt nicht wahr sein. Sprinte jetzt da hoch, Kind. Dankeschön. Wie war das im Regen? War es besser, ne? Achso, es ist pretty. So. Ja, hier steigen die Frames gleich richtig gut an. Naja, so richtig gut auch nicht. Ne. Ja gut, jetzt ist der Regen schon wieder vorbei. So. Boah. Ich glaube, ich bin immer noch zu genervt, um das Spiel zu spielen, ne, Leute. Zwei... Ach nee, jetzt muss ich halten. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ich hatte eigentlich nur dieses blöde Kapitel schaffen, ey. Lass mal mal ein bisschen die Frames sich erholen. Toi, jetzt haben wir keinen Strom. Charles, Bill, ist hier jemand? Ich glaube, das war jetzt echt synchron, ähm... Synchron-synchronisiert. Ah, lecker. Scheiße, ist drauf echt jetzt. So, ist die jetzt schon... Ah, da läuft sie gerade, die Alte. Ich habe sie noch im Blitz gesehen. Da hinten läuft sie jetzt raus. Sieht man. Außer es ist wieder ein Bug und sie kriegt die Tür nicht auf oder so. Ich glaube, sie ist schon raus. Die warten aber trotzdem noch ein bisschen. Nein, die rennt ja immer noch rum. Habt ihr das gesehen? Alter. Mädchen, geh jetzt raus. Ach nee. What the fuck geht ab? Warum kommt die hier raus? Das ist doch nicht normal. Geh jetzt wieder rein, Kind. Dass die mich nicht sieht, ist auch ein bisschen komisch, ne? Aber... Was ist denn das für ein Bug jetzt schon wieder? Kann die jetzt mal gehen? Leute, ich hasse das Spiel langsam. Seriously, jetzt hättest du mich sehen müssen. Es hat gerade voll geblitzt. Alter, was will das blöde Spiel von mir? Warum macht das? Warum tut das sowas? Warum gehen die nicht einfach... Geh jetzt! Ich guck's jetzt einfach nicht an. So. Vielleicht geht's dann wieder. Ich mein, was soll das? Die soll... Sie geht. Nein! Da geht noch jemand anders jetzt durchs Schlafzimmer, oder? Das sah gerade so hell da hinten aus. Ja, seriously! Jetzt... Ernsthaft? Was... Was will das Spiel? Warum macht das sowas mit mir? Was hab ich getan? Okay, dann geh ich jetzt dahinter. Hier sieht mich eh gleich. Geh jetzt, Mutter. Hier ist niemand. Du hast auch keine Schritte gehört. Kann ich... Die kann ich ja gar nicht anklicken. Soll ich hier mal die Tür vor den Platz hauen? Ich weiß. Wir sind jetzt eh gleich zu Ende. Ich will hier mal die Tür vor den Platz hauen. Geh mal da so vorsichtig lang. Und jetzt so ein bisschen seitlich. Komm, wir hauen jetzt mal die Tür vor den Platz. Geht noch nicht mal. Ah! Das... Komm! Geh jetzt da wieder rein, Kind! Geh jetzt! Ja, ich kann sie nicht aufmachen. Ich kann sie nicht zumachen. Ich kann da jetzt gar nichts machen. Ich mach mir jetzt deine Taschenlampe kaputt. Hm, schade. Geht nicht. Geh jetzt, genau. Du bist auf einem guten Weg. Mädchen. Geh jetzt. Sonst klicke ich dich gleich an. Ich kann noch nicht mal dich anklicken. Geh jetzt da rein! Aha! Okay, wir drehen uns zusammen. Wir stehen jetzt hier voll... Schaut euch das an! Und die sieht uns nicht, die Olle. Aber wir stehen voll in der Taschenlampe. Geh jetzt. Komm, lass die Taschenlampe bewegen. Die Taschenlampe und geh jetzt einfach rein. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Nein, das sieht scheiße aus, was du da tust. Du machst nämlich gar nichts! Ja gut, dann lassen wir uns jetzt entdecken, weil das hat jetzt hier so keinen Sinn. Hallo, Lucius, geh mal. Geh jetzt. Geh jetzt da rein. Ja, kann ich das überhaupt jetzt noch... Die sieht mich doch jetzt gar nicht. Mama, geh mal da weg da jetzt. Oh Gott, kann ich an der vorbeigehen? Ja, kann ich. Jetzt geht sie! Willst du mich verarschen? Ich geh einmal vorbei und sie... Ach, ja. Ach, Lucius! Ach, du bist das hier draußen! Ich hab mich schon gewundert! Aber okay, solange du das nicht bist, dann kann ich hier jetzt auch gehen. Ist jetzt gegangen. Ja, jetzt geht's da hinten raus. Oh, goddammit! Seriously? Naja, ihr seht immer wieder neue Szenen. Ist ja auch nicht schlecht. Okay, jetzt vorsichtig. Ich kann überhaupt nichts sehen. Wahrscheinlich dreht sich... Gleich kommt's mir wahrscheinlich jetzt entgegen oder so. Wir müssen jetzt erstmal ins Zimmer, ins Leeratz. Das heißt, wir müssen... Ah, auf die andere Seite hoch. Also hier runter und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Ich seh halt mal gar nichts. Lass mich mal mit meinem Bildschirm hier. Ich seh halt echt gar nichts. Oh, da ist gar keine Tür. Wo sind die hier? Es ist stockfinster. So, jetzt wird's irgendwie etwas besser. So. Ihr seid hoffentlich alle... Da läuft irgendwer. Ja, da kann ich ja hinterher laufen. Hoffe ich jetzt mal. Die geht da hoch oder was? Da muss ich auch lang. Oh, ich werd eh gleich entdeckt. Das sind... Das sind hier zu viele Bugs und so. Wo sind die jetzt hin? Ach, da oben immer noch. Oh, wenn die jetzt sich gleich wieder auf der Treppe umdreht oder so. Krieg ich voll die Gräse. Geh jetzt da oben. Ich guck auch nicht hin. Geh einfach. Die kommt doch wieder zurück, oder? Scheiße. Scheiße! Ich hasse das Spiel. Ich schwöre... Ach so. Halt! Ja, ja, ja. Hab ich vergessen. Und jetzt hochlaufen. Geh jetzt. Bleib jetzt da weg. Oh, da läuft auch schon wieder einer lang. Wo ist denn das scheiß Zimmer jetzt? Geradeaus... Geradeaus da lang, ne? Hoho! Hohoho! Da nicht. Geh mal da lang. Oh Gott, ist das alles. Ich weiß nicht, wo das Zimmer ist. Vielleicht hier? Geh. Geh offen wir erstmal rein. Nein, nein. Hier sind wir falsch. Aber ist egal. Puhuhuhuhu. Lucius, geh jetzt da hin. Und mach die Tür zu. Puh! Leute! Was ist hier eigentlich los? Ich mute mich gleich vor Schreck. So. Map. Müssen wir jetzt nochmal gucken. Wo bin ich denn jetzt? Ach, man kriegt ja schon wieder keinen Fall angezeigt. Eins plus eins. Ich bin jetzt... Warte mal. Wo bin ich denn jetzt gerade... Ich bin jetzt hier reingekommen. Und der Typ... Warte mal. Ich bin jetzt irritiert, Leute. Einen Moment. Ich bin jetzt... Genau. Hier runter. Da hoch. So. Der Typ ist gerade... Ne. Da bin ich ja jetzt drin. Hä? Hä? Ich bin doch gerade... Der Typ ist doch dann... Ich bin aus der Treppe raus. Und dann ist der auf der einen Seite hier rein. Aber ich bin doch jetzt hier gerade drin. Oh. Oh. Warte mal. Kommt hier jemand gerade rein? Nein. Oh Gott. Okay. Ist ja vollkommen... Ich check's. Alter. Jetzt hört mal auf, hier rumzulaufen. Ich check's grad nicht. Ich bin jetzt offenbar jetzt hier drin. Genau. Hier war ja auch das WC. Ich bin jetzt hier gerade durch den Gang lang gelaufen. Dann ist der gerade hier. Hier ist der gerade rein. Stimmt. Der ist das letzte Mal auch hier durchgewalkt und ich stand da irgendwo in der Ecke. Hm. Oder hier in der Ecke. Okay. Das heißt, es ist sinnvoll, als wäre eigentlich hier lang zu laufen. Und hier rum. Weil hier der Typ lang läuft. Okay. Da ist... Ist da hier gleich wieder eine Tür? Ne, ne? Ich bin jetzt hier rein. Oh Gott. Ich muss erstmal gleich... Eigentlich nur geradeaus. Hier raus. Geradeaus. Dann nach rechts. Und dann links. Oh Gott. Wir werden sowas von entdeckt, Leute. Scheiße. Ich muss positiv denken, ey. Das ist doch was. Scheiße ist das doch. Ich werde hier nie... Fert... Da läuft schon wieder jemand. Mach die Tür zu Lucius. Oh Scheiße. Geh da hinten hin. Okay. Jetzt läuft der auch noch da lang. Der kommt jetzt hier nicht rein, ne? Okay. Dann laufen wir doch anders. Hinten wieder zurück. Okay. Geh jetzt da irgendwo runter oder so. Okay. Hallo Lucius. Geh. Da kommt doch schon wieder... Kommt da jemand? Oh, das Spiel ist so scheiße. Nein. Gerade mal nicht. So jetzt hier lang. Da kommt doch hier gleich wieder jemand. und jetzt müssen wir hier durch. Ja. Komm da. Oh Gott. Mein Herz. Mein Herz, Leute. Und jetzt hier nur geradeaus. Der Typ dürfte jetzt nicht... Der kann hier eigentlich gar nicht. Doch, der ist aber da. Huh. 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 Er ist da. Er ist aber da. Der ist doch da eben an der Treppe lang. Der kann doch viel schneller sein als ich. Huh. Nicht gucken. Nicht gucken. Nicht gucken. Puh. Oh, ist das alles ätzend, Leute. Oh, ist das alles ätzend. Wir lassen uns erstmal einmal komplett durchwalken. Weil vielleicht dreht er sich nochmal um und geht zurück. Ja. Seht ihr das, Leute? Ich... Ich kenn das Bildspiel ja schon. Guck nicht hierher. Ich schwör, ich bring dich um. Na, ich werd dich eh noch umbringen. Darf mal abgesehen. Aber... Dann hast du noch ein bisschen länger Zeit. So, jetzt geht er aber durch und dreht dich nicht nochmal um. Pfeif dir jetzt ein irgendwo in deinem Raum. So. Das... Hört sich nicht schlecht an. Ich geh jetzt weg. Dass die sich immer alle wieder umdrehen müssen dann auf ihren Scheißgängen. Die sollen einmal ihre Patrouille laufen und dann... Tür zu jetzt. Oh, das ist super. Das erste schon mal geschafft. Das Schlimme ist nur, wenn ich hier dann rumfahle, dann muss ich halt das alles nochmal machen. Ich mein, wie... Wie weit soll ich das noch machen? So, holt mal den Kleber da... Kind. Ja, super, ne? Komm, mag lieber... Ja, pack ein. Kind. So. Gibt's hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Guck... Oh! Achso. Achso. Okay. Lieber gleich mal... Gucken... Oh! Was liegt hier? Ach, nur ein Buch wieder, ne? Alles klar. Die Türen höre ich auch schnell wieder auf und zu gehen. Könnte man ja überkloppt werden. Bücher, 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 Bücher... Da hinten geht auch noch ein Buch, ne? Hier hinten drauf. Dusches. Ja, mach mal eine Klappe zu. Was ist das mit der Klappe? Ach, das ist doch... Die geht doch nicht mal richtig zu, hier. Ich mein Arm dazwischen durchtrink. Erstmal einen Schluck Sprite. Die Sprite. Sehe ich da hinten jemanden langlaufen im Haus? Ne. Ich dachte grad schon. Mhm. Ach, gut. Jetzt haben wir ja schon mal einen Teil geschafft. Jetzt müssen wir ja nur noch in den Keller. Ach, das wäre... Das ist ja easy. So. Wir sind jetzt also hier. Wir laufen jetzt wieder da durch. Hoffen, dass uns der scheiß Typ nicht entgegenkommt. Runter. Und dann müssen wir... Hier geht's runter. Haupttreppe runter. Genau. Runter. Haupttreppe runter. Und... Äh... Genau. Dann hier wieder rein. Da durch. Dann steht da hier, der will. Da steht dann wieder rum. Und dann im Keller. Eigentlich nicht schlimm. Aber ich denke, wir treffen jetzt mal wieder den Pfeifer. Die Putze. Unsere Mutter. Na, unsere Mutter hat glaub ich einen anderen Weg. Aber unser Vater rennt da auch noch rum. Ja, Kind. Ja, ein Stuhl ist schon scheiße halt, wenn der im Weg steht, ne? Oh, alter Kind jetzt. Mach jetzt hin. So. Ich find's halt scheiße, dass man hier nicht abspeichern kann. Ich find's einfach nur assi. So. Wir stellen sie erstmal vorsichtig hier hin. Und hören erstmal nur. Ist sogar noch alles offen. Ist ein bisschen merkwürdig. Lauf. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Alles okay. Hören wir hier wie am Himmel? Oh, es hängt gerade. Okay, was hab ich gesagt? Hier einmal geradeaus und dann genau die Treppe hier wieder runter. Zurück. Wo schon? Oh, Nancy. Komm hier nicht lang. Geh da irgendwo rein. Ja, ja, das machst du gut. Geh jetzt da rein. Warum gehst du jetzt hier hinter? Warum? Hier ist nichts. Was? Du hast mich erschreckt. Was hast du denn? Geh aus mir auf dem Weg. Geh zurück ins Bett, bevor deine Mutter dich sieht. Meine Mutter steht da auch rum wie... Oh, das darf doch nicht wahr sein, Leute. Warum steht die jetzt da schon wieder? Ich schwör, ich hasse meine Mutter. Jetzt kommt mein Vater hier hoch und wahrscheinlich kommt Nancy hier gleich runter. Nee, das nicht. Das ist doch mal gut. Ja, mein Vater kommt hier hoch, oder? Das darf doch nicht wahr sein. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ich hasse das Spiel. Hier rein, vorsichtig, gehen die Ecke. Schnell, erstmal gelassen. Jetzt mal meine Mutter. Ich hasse meine Mutter. Meine Mutter ist so... Ich mein, wir haben ja schon gemerkt, dass meine Mutter wahnsinnig ist, ja? Warum ist hier eigentlich so viel Nebel im Haus heute? Was ist denn hier eigentlich los? Das darf doch nicht ab sein. Das kann doch nicht... Das kann... Wie kann es sein, dass die da einfach auf der Treppe steht? Ich mein, ich würde ja jetzt gerne sagen, komm Leute, ich beende jetzt nochmal das Spiel. Das lassen wir jetzt nochmal entbangen und dann legen wir nochmal los. Aber dann habe ich den Kleber trotzdem noch nicht. Ja? Also ich bin jetzt gerade im Moment weiter als... Was leuchtet denn hier schon wieder? Kommt hier schon wieder... Läuft hier schon wieder jemand lang? Nee. Ich trinke jetzt nochmal einen Schluck und dann machen wir es nochmal auf den Weg. Ich hoffe, meine Mutter ist dann weg. Weil da müssen wir vorbei. Auch gut, wir könnten auch hinten runter gehen, aber das ist ja alles voll der Umstand. Okay. Wenn dann laufen halt einer vorbei und entdeckt hier uns und dann klicken wir es halt weg. Ich mein, gut. Wenn ich halt dann irgendwann voll Failier, dann muss ich eh nochmal komplett anfangen, ne? Man kann es nicht ändern. So. Lauf jetzt da durch, Lucius. Kommt hier jemand? Nein. Noch nicht. Guck mal da schnell hin. Halt! Ist da schon wieder was? Nein. Meine Mutter steht da immer noch. Ist es mir jetzt egal. Ich laufe da jetzt dran vorbei. Ich meine, er wollte mich jetzt verkackern oder was. Vielleicht sieht sie mich ja dann... Vielleicht bewegt sie sich dann wenigstens wieder los. Okay. Lauf, Lucius. Ja. Es war mir klar, aber jetzt vier... Lucius! Warum bist du auf? Geh sofort wieder in dein Bett. Lauf, Lucius. Lauf so schnell du kannst. Weil jetzt läuft sie bestimmt los. Mach die Tür auf! Mach eins! Scheiße! Ich hasse dieses Spiel. Da unten läuft einer lang. Da laufen mehrere lang. Oh, Leute. Geh da hoch jetzt wieder. Oh, goddammit. Geh bitte auf die andere Seite. Ich hab nicht mehr so viele Dinge zum... Dankeschön. Und da kommt noch einer. Ich hasse euch alle. Wahrscheinlich kommt meine Mutter jetzt gleich. Die hat sich wahrscheinlich wieder losbewegt. Wenn nicht, haben wir Glück. Weil die ist wenigstens jetzt gerade raus aus diesem Spiel. Oh, Gott. Der andere Typ dreht wieder um. Ich hasse! Jetzt dreht er wieder um. Okay, jetzt wird's langsam echt witzig. Der andere Typ kommt gar nicht hoch, weil er sich dauernd hin und her dreht wahrscheinlich. Will, geh jetzt da rein, verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. Ihr seid doch alle bescheuert. Ihr seid doch so... Du bist doch so bescheuert, sag mal. Und was machst du da eigentlich? Dreht ihr euch jetzt alle nur noch im Kreis? Ja, anscheinend schon, ne? Ja, dann lauf ich jetzt einfach daran vorbei. Ist mir jetzt egal. Wenigstens sind sie jetzt alle an der gleichen Stelle. Solange ich mich nicht hin und her drehe. Okay. Okay, der geht jetzt wieder runter. Was? Susan? Scheiß drauf, jetzt lauf ich. Ja, mein Papa, ja, der hat sich auch die ganze Zeit hin und her gedreht. Ist mir ziemlich scheißegal. Nein, nicht der jetzt auch noch! Ja, jetzt ist Ende wieder. Ja, ich bin verkackt jetzt hier. Lass mich jetzt laufen. Lauf. Lauf, Luscious. Nicht gegen die Säulen. Lauf einfach. Oh Gott, wir haben's... Lauf! Scheiße, Lauf! Nein! Ey, Junge, warum bist du nicht okay? Ich möchte jetzt nichts mehr dazu sagen. Ja, ich muss jetzt nicht mehr 4 drücken. Ich hatte, glaube ich, eh keinen mehr. Ich weiß nicht, ob ich noch was hatte. Ey, seriously, Leute. Nein. Ich habe jetzt echt keine Lust mehr, ey. Wie lange nehme ich denn schon auf? Ja, 20 Minuten. Ja, schöner Part, ne, Leute? Ja, ich mache jetzt noch mal weiter. Ja, ich weiß, weil wenn ich jetzt schon wieder sage, nein, ich habe jetzt gerade keinen Nerv und mache das erst, weiß es ich wann, mache ich es eh nicht. Ja. Dann warte ich wieder eine Woche, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe, weil ich wieder Angst habe vor dem Failen. Ist ja auch kein Wunder irgendwo, ne? Hat man ja jetzt gesehen. Obwohl es ja auch nicht nur an mir lag, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, das liegt jetzt eh hier noch ewig. Ich werde dann nachher nochmal das Spiel beenden. Wir hoffen, dass wir dann da mal die Bugs vielleicht reinkriegen. Und dann machen wir uns halt nochmal auf die Suche nach dem Klebstoff. Leute. Ich meine, ich hoffe, euch gefällt das. Ich würde ja auch Zeitrafforen machen, aber ich glaube, es... Ich meine, ganz ehrlich, das war jetzt ganz interessant, dass die Leute sich da die ganze Zeit hin und her gedreht haben. Oder einfach mal standen. Oder auf dem Balkon rausgekommen sind. Und ich schätze, es ist für euch, glaube ich, noch witziger, wenn ich rumfäle und daher... Ja. Genau. Ja. Ja.